Hallo Leute, ja, es wird gegen 14 Uhr morgen einen Livestream geben, dauert wahrscheinlich ungefähr bis 18 Uhr und Games, welche kommen, das weiß ich noch nicht genau, das werde ich noch am Anfang des Livestreams bekannt geben und ja, das wäre erstmal alles, ich bin jetzt noch ein bisschen fertig, das heißt ich werde heute leider keine Videos mehr aufnehmen, obwohl ich es mir vorgenommen hatte, ich bin nämlich gerade erst in der Arbeit nach Hause gekommen und ja, bin eben etwas fertig, nochmal, morgen 14 bis 18 Uhr, also Samstag der 13.7., 14 bis 18 Uhr, Livestream, erreichbar über YouTube Channel oder Twitch, ciao Leute